Damit der nicht immer so weit laufen muss, machen wir es auch gleich so. Und die Leute, die wir ausbilden, bilden wir, keine Ahnung, da aus. So, als nächstes würde ich dann jetzt mit Verteidigungsanlagen anfangen und die bauen, damit wir vor diesen Angriffen geschützt sind. Dafür brauche ich aber erstmal wieder Holz. Also müssten meine Holzfäller wieder ein bisschen schneller machen. Aber das bekommen die auf jeden Fall hin. Ich glaube an meine Holzfäller. Ja. Ich habe nämlich gerade einmal auf meine WhatsApp geantwortet. Ganz, ganz, ganz schlimm. So, und erstmal brauchen wir ein Tor, finde ich. Weil ich finde, ne, das ist irgendwie das nicht richtige Tor. Aber irgendwie halt auch doch. So. 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 Und jetzt hätte ich gerne die ersten Bogenschützen schon. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Beziehungsweise den ersten Bogenschützen erstmal. Wie viel Holz habe ich noch? Ich habe noch 14 Holz. Also jetzt nochmal Trip. So. So. Und jetzt. Ich habe gar kein Holz mehr. Das ist natürlich auch wenig. Also gar kein Holz ist sehr wenig. So. Jetzt haben wir erstmal eine Grundmauer. Ich finde diese Sicht irgendwie praktisch. So ein Viertel der Zeit ist auch abgelaufen. Das ist schon mal gut. Das heißt wir haben noch ein bisschen mehr Zeit. Das heißt wir haben noch ein bisschen mehr Zeit. Das kostet halt Hunderten. Aber das wäre schon sinnvoll. 17 Monate reicht es noch. Das heißt damit erstmal tendenziell zufrieden. Das ist schon mal gut. Dann darfst du einmal schon auf das Tor gehen bitte. Dann kann ich nämlich da auch langsam, langsam aber sicher da auch die Verteidigung aufbauen. Wie gesagt im Moment ist es so ein bisschen schleppend, aber ist es auch nicht schlimm. Das ist schon okay. Jetzt setzen wir dann nämlich das Zweite vor. Und ab jetzt produzieren wir hoffentlich Streitkräfte. Streitkräfte. Also so dass es auch reicht. So die kosten 12. Ich habe noch 64. Das wird nicht reichen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ja leider doch. Ich weiß noch nicht so genau wie meine Befehle lauten. Ich habe mir da noch nicht so die Gedanken drüber gemacht. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Mein Bogen ist euer. Und nochmal die Tore zu. Ja. Ich glaube meine Burgenschützen sind. Schaffen das, ja. Sehr gut. Bin zur Stelle. Mein Herr. Rücken aus. Ja ganz dringend da hin. Weil das hier muss ich zumachen. Das kann ich nicht äh. Also das mache ich auch einfach ganz stumpf. So zu. So dass ich sage, das muss reichen. Es werden Waffen benötigt sein. Ja dann sollen meine Bogen-Typ sich's mal machen bitte. Wie sieht das im Coinspeicher aus? Das wird mir ein bisschen wenig. Also machen wir da noch eine wunderbare Rinder-Farm hin. Ich hätte gerne da noch einen Turm. Bin zur Stelle. Eure Befehle? War das jetzt so die Halbzeit? Ne das war nicht die Halbzeit okay. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Also ein bisschen mehr Kampf noch. Aber unsere Verteidigung finde ich auch besser. Wir werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Äh das ist jetzt aber nicht so gut. Alles klar schiel. Da konnte ich mich nicht dran erinnern. Und ich denke wenn wir die jetzt so ein bisschen noch befüllen, dann sind wir für die letzte Schlacht eigentlich ganz gut gerüstet. Also die erste Schlacht, die da ja jetzt so kam, die war ja auch ganz okay. Aber hat der da nicht gerade einen reingetragen? Genau und die beiden lasse ich ihn mal da, damit ich dann hier Rekruten habe zum Ausbilden. Sehr schön. Müssen die nicht zeitgleich eigentlich fertig werden, die beiden? Aber naja, okay, ich akzeptiere das. So viele sind hier. Da sind... Oh, ich denke meine linke Maustaste ist nicht angreifend, aber das ist natürlich kompletter Quatsch. Gut, dann machen wir jetzt... Da muss noch einer hin und könnt ihr bitte nach oben gehen. Hier muss noch einer hin. Unsere Kundschafter melden eine weitere Gruppe mit Männern der Ratte, die sich uns nähert. Werden wir ihnen die Stirn bieten? Ja, nee, wir werden einfach aufgeben. So wie sonst auch immer. Ja, natürlich. Werden wir denen die Stirn bieten. Ich glaube es hat... So, wir rüsten aber nochmal zwei Türme nach. Weil das Holz haben wir auf jeden Fall. Das ist sehr cool. Gut, dann machen wir jetzt die Tore zu. Das Torbüttel auch. Hä, wo... Ach, da unten. Ach, die Paar. Ja, mach mal ruhig. Gleich spaltet euch wieder in zwei Gruppen auf und dann... Wie, ihr spaltet euch nicht in zwei Gruppen auf? Das ist natürlich doof. Aber gebratet hat der... Ach, deswegen! Hier ist noch eine Lücke gewesen. Durch die wollten sie durch. Ja, das ist natürlich smart eigentlich, ne? sich das offene Suchen. Bin zur Stelle! Die Lücke in der Verteidigung. Eure Befehle? Rücken aus! Die es jetzt aber nicht mehr gibt. Denn die werde ich auf jeden Fall schließen. So, und jetzt brauche ich nur noch Bögen. Wie viel Holz haben wir? Zehn. Ich würde sagen, wir erhöhen auch nochmal unsere Fallproduktion ein bisschen. Äh, unsere Fallproduktion. Unsere Bogenproduktion. Wir benötigen Gold. Gold! Ja, dann sollen hier mal die Leute ein bisschen... Ein bisschen mehr arbeiten hier. Ja, das ist ja, weil da die eine Ernte ausgefallen ist. Muss man ja fairerweise sagen, ne? Also, die eine... Diese mysteriöse Krankheit, die meine Kühe dahin gerafft hat. Ähm... Die hätte nicht sein müssen. Es werden Waffen benötigt sein. Toll. Könnt jemand eine Waffe bringen? Bisschen los! Hopp! Bin zur Stelle! Ja! In Bewegung! So, jetzt sind wir... Bogenschützen bereit! Mein Bogen ist... Ja! Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, die sollen nur kommen. Die haben es eben schon nicht geschafft, den Wald zu erreichen. Die werden auch diesmal safe wieder umdrehen. Warum sollten sie auch nicht umdrehen? Okay, und die kommt immer von da. Das kann man sich auch mal merken. Die kommt immer von so einem Schild. Von da kommen immer die Truppen. Ach, schönes Spiel. Ich finde, das Spiel macht mir echt Spaß. Ich freue mich, dass das jetzt auch klappt. Auch wenn man ab und zu Steamlabs diese Einblendungen sieht. Ich bin ehrlich, ich finde es zwar nicht gut, dass man sie so blöd sieht. Aber ich kann es ja nicht ändern, ne? Die Truppen der Ratte greifen an. Das ist nicht so gut. Machen wir mal die Tore zu. Hö? 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 Ich will nicht gemein sein, aber ich würde eigentlich ganz gerne die Tore zu machen, ne? Das kann ich einfach schon mal zumachen. Herr Holzfäller, beeilen Sie sich bitte, wir werden angegriffen. Ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Macht uns auch gut. Oh, man merkt, dass es langsam mehr werden. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Mein Herr? Rücken aus. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Sind auf dem Weg. So, als nächstes machen wir mal die, ähm... Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Tore besser gesichert. Und damit die besser gesichert sind, auf jeden Fall. Bin zur Stelle. Ja. Und dann sichern wir mal... Hier waren eben so viele. Dann sichere ich, äh, den Bereich jetzt erstmal sozusagen präferiert. Und die letzte Schlacht steht auch bald bevor. Das heißt, so viel wird sich nicht mehr verändern. Da hat's noch keiner hingeschafft. Da auch nicht. Okay. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Seier. Ja, so soll's ja auch sein. Das ist ja Sinn und Zweck der Übung. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Mein Herr? Das sind zwei, das sind schon drei, das sind drei. Eure Befehle? Sind auf dem Weg. Machen wir da auch mal drei draus schon. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. In Bewegung. Ja, die kriegen halt ordentlich auf... ...auf die Mütze und dann sind sie wieder nicht mehr auf dem Weg zur Burg. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Ist doch immer das Gleiche hier. Wie soll man nicht meckern hier? Also die Ratte schon gar nicht. Ich bin hier auf neutralem Gebiet, welches ich zu meinem Königreich ernen möchte. Die letzte Schlacht kommt auch gleich irgendwann und dann haben wir die nächste Mission auch schon abgeschlossen sogar. Oh, ich mag das Spiel. Es ist so cool. Kindheit. Ist das jetzt schon das Letzte? Ne, das ist noch nicht das Letzte. Ich würde gerne mal aus deren Sicht gucken, weil so würde ich das Spiel, wenn ich angreifen würde. Ja, dann greifen wir an. Ja, der Angriff ist ja mal heftig. Es sind Rekruten benötigt, Seier. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Bin zur Stelle. Mein Herr. Sind auf dem Weg. Uff. Uff. Und die Pfeile regnen. Also hier sind es immer mehr. Deshalb werde ich hier, glaube ich, dann jetzt erstmal noch weiter verstärken. Das müsste jetzt so langsam irgendwann die letzte Schlacht sein bald. Naja, wir sind kurz davor. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur noch die letzte jetzt schlagen. Die letzte Schlacht. Und dann haben wir es geschafft. Ach ja. Da kommen Erinnerungen hoch. Das Spiel habe ich damals mit meinem Onkel gespielt. So richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob das meine erste richtige Zockerfahrung war mit dem Spiel. Ach ja. Das ist schon schön. Also ich finde es schön. Ich spiele das so gerne wieder. Auch wenn es, glaube ich, sehr kurz sein wird. Also das ist, glaube ich, nicht so unbedingt das längste Projekt. Rücken aus. Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. So, und jetzt die letzte Invasion ist das, ne? Jo. By the way, in Caps Trauma ja schon ein bisschen öfter gespielt. Wir werden auf jeden Fall in den ersten Spielen jeweils nur die Kampagnen spielen. Ähm. Ja. Das wollte ich erstmal sagen. Also wir werden nur die Kampagnen spielen erstmal. Und wir werden dann... Ähm. In Stronghold Legends kann man auch eine eigene Kampagne erstellen. Ähm. Das werden wir dann, glaube ich, auch noch machen. Also, aber das machen wir nur in einem Spiel. Das machen wir dann sozusagen zum Abschluss der... Der Reihe. Ähm. Ja, das war auch... Krass. Naja, eigentlich waren alle weg. Eigentlich kann man mich nicht mehr verraten. Aber ich akzeptiere das. Sieg. Sieg. Ja. Wir haben gewonnen. Ist doch cool.